So, jetzt sind wir im Dorf angekommen und ich habe mir die Mitte vom Dorf ausgesucht. Ich habe da ein Bild freigemacht, dass ich nachher weggehen kann. Hey und herzlich willkommen zur letzten Folge von Minecraft live. Es ist die letzte Folge, weil das Projekt ist leider zu Ende gegangen, weil der Admin es so wollte. Es gab ein paar Probleme, wie zum Beispiel, wie man hier bei der Server-Info sieht, dass sich ca. 5 Spiele gar nicht eingeloggt haben und einige der Spieler leider nicht sehr aktiv waren und natürlich ist es sehr schlecht für ein Rollenspiel. Bald, wenn der Schmied zum Beispiel nicht da ist, kannst du nie die Spitzhacke upgraden bzw. reparieren und deshalb ist das Projekt jetzt zu Ende gegangen. Des Weiteren wird er das Projekt noch einmal machen, nur besser. Und wir wollten eigentlich jetzt zum Schluss euch nur noch den ganzen Server zeigen, also eine kleine Rundtour. Ja und das werden wir jetzt machen. Ja. Also bei unserer Base ist jetzt eigentlich neu geworden, dass wir wieder geschafft haben, dieser Stil herzustellen. Jetzt haben wir wieder Spitzhacke. Könnte man ja eigentlich dabei leveln lassen, aber das Projekt ist leider eh schon zu Ende. Dann haben wir noch die Essenz-Pushen hier raufgebracht, weil die geben uns level-ups. Jo. Damit wir unsere Waffen haben, die beim Verzauberungstisch verzaubern können. Und das ist eigentlich das, was noch passiert ist bei uns. So schön da ist, ja. Und jetzt werden wir euch zeigen, was innerhalb von den acht Tagen alles in diesem Server passiert ist und was in dem Server aufgebaut wurde. Jo. Wie man hier sieht, das ist unser neuer Mitbewohner gewesen. Er hat ja etwas Strom für uns gemacht. Der Platz dieser Windmühle ist zwar nicht optimal, aber es reicht. Und ich habe zur Zeit ein Jetpack, deshalb kann ich herumfliegen, das ist ziemlich cool. Und Freerunners für Energy und Solarhelden, die Energy wiederherstellen. Kurz gesagt. Und er hat sich hier einquartiert bei uns. Hat ein paar Items, Öfen und Charger, Crush und so weiter gemacht. Hat auch ziemlich viele Diamanten. Wegen der Query, die er automatisch abbaut. Er hat auch einen Jackpack, der leider leer ist. Weil sonst würden wir den Ekl annehmen. Ja und wir hätten das Haus bestimmt noch möbliert. Und da oben für eine gute Aussicht sieht man, ich habe jedes Ding, was ziemlich cool ist, einmarkiert, was es so gibt. Und wir werden jetzt eigentlich alles nach der Reihe abgehen und wir fangen am besten da hinten an. Willi wäre jetzt auch schon draußen bei unserem Eingang. Ja, das kann man eh schon. Das ist der coole Shop. Da haben wir ziemlich viel Money mit Cobblestone gemacht. Ja und jetzt wären wir mal da hinten hingeschauen. Da hat halt eben der Steve gewohnt mit seinen ganzen Kollegen. Die hätten glaube ich als allererstes die Rakete fertig gebaut gehabt. Was ziemlich cool gewesen wäre auf einen neuen Planeten zu fliegen. Und sie waren auch sehr fleißig. Ja wir können eigentlich eh kurz mal eine schauen. Woops, lecker. Ey, aber es gibt noch mal alles einen Weg, wo wir reinkommen. Irgendwo da. Die haben eh schon Solar-Panels und alles, wie Papo. Genau kenne ich mich nicht aus, was die alles da drinnen haben. Aber ich würde es gerne mal sagen, ein bisschen. Köpfle haben es anscheinend auch schon genug. Das ist der Eingang. Hier sieht man noch mal die Skins oder so. Die Statuen eben. Und. Da ist der Steve. Ja. Der hat sich dann natürlich ein paar Mal hinklatschen müssen. Ja. Die haben da so ein NASA-Workbench. Ich glaube die ist für die Rakete. Ja. Und alles drum und dran. Ich kenne mich da leider nicht so gut aus. Aber es ist wahrscheinlich ziemlich weit gekommen. Sie waren angeblich schon nach drei Tagen ziemlich weit. Ja. Da geht es gerade nicht rein. Ja, aber ich glaube das reicht. Ja. Dann gehen wir weiter zur Polizeistation. Und ich glaube das soll das Gefängnis darstellen. Ja. 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 Wir waren leider. Ja stimmt. Leider nicht mehr. Aber ja. Es hat ja nicht nur an den Landwirken gelegen leider. Mhm. Ja. Dann hätte ich gesagt. Die Mine brauchen wir nicht anschauen. Die Omelisken auch nicht. Aber da drüben könnten wir noch kurzzeitig das Postamt anschauen. Ah in den Kisten drüben. Wäre Zeitungen uns da drin gewesen. Ja. Da hat Anna schon noch ein paar News geschrieben. Mhm. Also es gibt sogar Zeitungen und so. Vielleicht wenn wir zurück schauen könnten wir uns vielleicht anzufinden. Ich glaube man kommt da eh nicht rein. Das wäre das Postamt gewesen. Wäre bestimmt lustig. Mhm. Da hinten beim Logistiker wo wir gerade hinfliegen. Es ist derjenige der Coach ist das der was er bei uns einquartiert hat. Ähm er ist Logistiker und ich glaube es ist ein Mechaniker. Mechaniker ja. Und deshalb hat er uns Strom machen können und wir hätten eben dafür Terror-Steel geben. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Und wir hätten glaube ich dann auch so eine Firma aufgemacht. Später. Ja. Ah da wohnt jetzt die oder der Zellerskai. Ich weiß es gar nicht. Habe ich leider nie so oft gesehen. Anscheinend ist sie auch ein Biologe mit Bienen. Ja sie hat gleich wieder abbeziehen sie. Genau ja. Ja war sehr süß. Mit seinen Bienchen. Sie hat halt eine kleine schöne Hütte gemacht und eben auch schon angefangen mit den Bienen. zu experimentieren. Das war ziemlich cool eigentlich. Da hinten. Da ist so ein Dungeon. Mit Aliens. Ja. Den hat irgendwer gebaut und er hätte immer wieder Loot oder so sein sollen. Glaube. Und der Coach hat gleich am allerersten Tag komplett gelootet. Da steht nämlich so ein Bild bei Venice Hope. Keine Ahnung. Und der hat alles da mitten gemacht. Da haben sie die Atmen irgendwie aufgeregt. Aber warum nicht? Die Polizisten. Ja die Polizisten. Ja. Hätte ich auch gemacht. Ja. Hätte ich auch gemacht. Ja. Ja jetzt schauen wir noch zu seiner Bude. Der ist eigentlich brauchen wir eh nur von außen anschauen. Brauchen wir eigentlich von einigen. Weil er hat eigentlich alles mitgenommen und eben zu uns hinüber transferiert. Ja. So eine kleine Hütte in der Luft. Mhm. Ja. Fast eigentlich schon. Hat sie so schön einfach herbaut. Und so ein mechanischer Beruf ausgelegt. Mhm. Ich bin schon gespannt wann mein Checkback leer wird. Mhm. Weil ich da die ganze Zeit bin und in der Pflicht. So wo gibt's was noch existieren? Ich hab' vielleicht suchen wir noch die Zeitung. Sonst blatt uns kurz durch. Ja warum? Ja ich find das echt ziemlich interessant dass die das so ernst gemacht haben. Und sogar schon Zeitung und so gemacht haben. Aber das muss man sich mal scheren. Also nicht. Zugeben. Sehr gerne. Wie schneller als ihr. Sehr. Ja. Postanfängnis. Ähm. Polizei Station wo man leider nicht reinkommt. Schaut aber relativ cool aus. Muss man zugeben. Der Weg den hätte ich vielleicht nicht so in der Luft gebaut. Aber ich glaub das war erst das Grundgerüst vom Weg. Also. Ja weil er gleich davon wieder aufhört. Mhm. Ja da hätten das bestimmt verbunden. Aber ich glaub das ist geclamed. Mhm. In irgendeiner Kiste da wo man einschauen kann. Ich weiß nicht wie ich da drauf gekommen bin. Ähm. Warte mal sind wir geclamed. Oha. Du bist befreundet mit dem Stil wieder. Das kann auch sein ja. Anders zum Beispiel Zeitung. Und. Da steht eben das Datum. Die Themen. Kann man sie gern durchlesen wenn man will. Dann wo das Projekt gestartet ist. Die Bürgermeisterwahlen wären gewesen. Dann die ersten Drohungen hat es anscheinend schon gegeben. Ähm. Der Schmied hat eben schon eröffnet. Und hat schon was gehabt. Die Polizei Station ja. Ja. Und das wäre es gewesen. Aber ich finde es schon mal cool. Dass es überhaupt sowas gegeben hat. Hier geht es. Ähm. Es gibt glaube ich noch was. Ich hoffe ich finde es jetzt an. Natürlich. Nein. Lass es drin. Oh. Was ist da drin? Nein. Nein. Genau. Nein. Ähm. Ähm. Da. Da geht es Newcoms als AGM. das sind auch aufzeiten es hat ja alles ausgetreten ein grabstein okay und ich habe mir das genau durch gelesen aber ich blattel das jetzt mal nur durch 10 demanden gestolten ja man kann das gern durchlesen ich werde sie später noch durchlesen aber ja ich lasse es wieder drinnen wie gesagt wir gehen jetzt den rest von der map anschauen wir können wieder alles ein bisschen in die richtung das wäre man anschauen alles dorf werden wir noch sagen am dort sehr kleiner gut hergesiedelt oder kleines haus das haben wir das hat der kreuz ist sogar geklebt das heißt der besitzer vom haus schafft es gar nicht mehr seine eigenen items anzuschauen also war nur anpacken ja und es sind eigentlich auch keine guten items also war nie mehr online wir haben dort sehr viele walnussbäume weil wir eben die walnüsse brauchen zum braten für die kartoffeln beziehungsweise das walnussbühlen wollen wir gleich zum dorf gehen also da ist das dorf das ist voller mbc ist nur die kennen halt eben mehr als im vanila modpack oder normalen vanila besser sagt man kann klar sogar mit seiner familie gründen genau ja also wenn man zum beispiel kiel den farmer im chat sagt hallo warum er da ist und da sieht man eben dass er verheiratet ist mit wem und dass er sogar vater und mutter von wer es ist zumindest seine laune und seine personalität sieht man und man kann halt eben chatten und so ok das hat er jetzt nicht mehr aber dann kann man sagen dass er folgen soll dass er stehen bleibt soll dass er rum gehen soll man kann auch traden es ist ziemlich cool um so weiter das geht um so coole sachen kommen und eben noch weitere sachen wie anheuern und solche sachen und ich glaube wie schon gesagt familiengründen ich kenne mich da zwar nicht so genau aus das sind noch relativ viel andere mbc ist vielleicht schauen wir ein paar an die verteidigen auch die stadt das ist ziemlich cool die guards zum beispiel ja ja ok ich glaube der da ist ist infekte du wie das heißt tristan bei zu ok das ist nicht so cool ja ja Das war mal ein kleiner Einblick. Wir hätten uns damit bestimmt noch auseinandergesetzt. Aber schauen wir mal. Das ist jetzt die Schmiede. Bei der gibt es glaube ich eh nicht so viel zu sehen, weil rechts ist der große Ofen. Und links die ganzen Craftingsachen. Der Ofen ist halt relativ groß, muss man zugeben. Da können sie ablassen und eben die Sachen kriegen. Und da können sie es gleich in verschiedenen Formen einlassen. Das ist ziemlich cool. Und zur Zeit ist da drinnen, warte ich glaube... Ist das gut da drin stehen? Das ist nicht so cool. Nein, das ist nicht so cool. Aber Bill was ist noch drinnen. Ja und da unten... Das sind eben die ganzen Spieler. Wieder Statuen. Herr Graubstein. Da müssen wir mal leicht mitnehmen und schauen was der hat. Du kannst gerne mithalten, Bill. Zum Einglauben. Er hätte eben sogar Essenz pushen können. Und Chat Pack. Wo willst du ein Chat Pack? Und das Solarherben kannst du auch haben. Ja, nein. Nice. Aber es ist leer. Es ist leer, also... Ja. Und da drinnen Craftings ist halt anscheinend ein bisschen. Kommt leider nicht ein, aber... Ja. Schauen wir mal... Da oben. Das ist eben das Portal zum Nether. Die... Wir haben zwar ein eigenes gemacht, aber da hätten wir auch einigen dürfen. Hier... Ich weiß gar nicht genau. Da steht Ender.io oben. Was der gemacht hat. Aber ich glaube, er hat sich mal einfach ein Haus hingebaut. Mit Lava drinnen. Mit Lava, ja. Mach ich auch mal. Dann hat sich da noch versucht ein Haus zu bauen. Das ist anscheinend auch nicht fertig geworden. Und da hat sich mal... Das ist eigentlich der Spawn. Und hier sind die Landwirten auch gewesen. Und ein paar andere. Aber ich glaube, es sind die umzogen oder haben die alles abbaut. Keine Ahnung. Gute Frage. Vielleicht sind es auch die Landwirten, die was da hinten... Wollen wir gleich hingehen. Die waren schon ein bisschen professioneller, muss ich zugeben. Die haben nämlich schon einen Stall und alles gemacht. Ein bisschen davon ist jetzt irgendwie zerstört worden. Ich weiß auch nicht warum. Aber schauen wir mal hin. Der Steg da ist eigentlich auch relativ cool gemacht. So neben dem Wasser und mit so Stiefeln. Schaut jetzt ziemlich cool aus. Also da sind die Landwirten. Die haben da einen Shop schon gehabt. Der war früher noch ganz. Da hat man eben zahlen müssen. Und da hat man eben die ganzen Items außerdem können. Eigentlich echt cool. Das hat gerade zum Laufen angefangen. Da war glaube ich ein Stall voller Tiere. Nur der ist irgendwie ein bisschen kaputt geworden. Und da waren auch ziemlich viele Tiere drinnen. Und aus irgendeinem Grund ist der auch kaputt geworden. Ich glaube die Lava da hinten ist was zum Brennern anfangen passiert. Okay. Dann haben sie halt noch... Ach da ist ein Lava. Aber Rupert hat noch Lava irgendwie. Keine Ahnung. Aber ich glaube das wird es zum Brennern anfangen. Da wollten sie glaube ich ein kleines Lager bauen. Schaut zumindest dann noch aus. Schaut eigentlich sehr cool aus. Du bist viel lauer Raum. Sehr cool ein bisschen. Ja. Und da würden sie glaube ich ein eigenes Haus bauen. Ich glaube zumindest. Ja. Ziemlich cool eigentlich. Okay. Dann gibt es da noch ein kleines Haus. Wobei ich nicht direkt was für was das ist. Aber er hat einen komischen Eingang. Mhm. Aber mit dem Chat-Pack ist eh relativ schnell. Hätte er da die Essenz-Buschen. Die soll ich wieder aufkommen. Mhm. Aber man kann da nicht eigentlich schauen. Ich habe keine Ahnung was der für einen Beruf gehabt hat. Aber... Ja, hallo. Super. Er hat einen Briefkasten gehabt. Das haben wir noch nicht gehabt. Und er hätte da bestimmt was cooles gebaut. Ja. Dann hier ist nachher eine kleine Kapelle. Kirche wie auch immer. Ja, es ist nicht professionell. Aber für das erste finde ich es. Ja, ganz gut machen. Ein bisschen der Eingang ist ein bisschen interessant. Da zum Schluss nach dem Biologen. Was eigentlich der häufigsten Online-Spuler war. Ja, aber er war sehr oft auf K. Okay, das kann auch sein. Ja, sind immer da gestanden. Ja. Er hat da viele Angebote. Das ist ein bisschen ein Schleuder herausgekommen und halten. Ja und er hat da eigentlich klein aber fein gebaut. Das finde ich ziemlich cool. Und er hat eben Blumenwiese und die ganzen Pumpen für die Bienen zum hin und her transportieren oder so. Ja, ziemlich cool eigentlich. Und da oben anscheinend hat er eine gewisse Höhe gebraucht. Kann das sein? Scheint so. Ja. Wir wollten die Nuke anzünden mit dem Flint. Aber es hat nicht funktioniert, weil man da erst was hineintun muss. Ja. Und dann haben wir gegoogelt wie das geht. Und Zufall hat Steve oder seine Mitspieler die Items genau alle gehabt. Jetzt haben wir euch da drinnen ein paar Stacks Uranium gekauft. Dann habe ich das genommen. Dann bin ich an Radioaktivität gestorben. Dann habe ich so einen coolen Skuba und Hartzmat am Zug gemacht. Und es hat eben noch an einer Hose gefadet. Dann habe ich noch mit Rubber die Hose craften müssen. So was ich auch da gefunden habe. Und jetzt habe ich so einen coolen Anzug. Und jetzt kann ich da mit Uranium um und rumspülen. Mit Rubber und mit Orange Dye hat mir das eben gecraftet. Das brauche ich jetzt alles nicht mehr. Ah D&D. Und wir haben eben dann mit so neun von diesem Uranium. Haben wir von diesen hier neun Uranium Block gemacht. Und wir haben normal D&D gemacht. Eben wie man es halt normal gemacht. Und dann haben wir die D&D genommen. Und so mit Flint versät. Und das noch einmal hier und hier. Und dann haben wir Industrial D&D bekommen. Und jetzt schauen wir mal was daraus wird. So jetzt sind wir im Dorf angekommen. Und ich habe mir die Mitte vom Dorf ausgesucht. Ich habe da ein Bild frei gemacht. Dass ich nachher weg gehen kann. Jetzt mit einem Anzug. Ich mache das da alles. Eine. Ui. Ja es sind 8 Slots. Aber es sollte noch 8 Slots. Ah. So also vielleicht. Und jetzt ist das Uran das Schlimme weg. Jetzt kann ich normalerweise wieder ausziehen. Und nehmen mein Chatback. Der ist nämlich cooler. Und jetzt sind wir das hätte ich gesagt. Oder Philipp? Ja. Ja? Ja. Bin schon gespannt was passiert. Ah es geht. Ich fliege ein bisschen weg. Und. Schauen wir was passiert. Ah es dauert lang. Ja. Ich hoffe mein Chatback liegt nicht leer. Bumm. 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 Nice. Er hat mir ein bisschen mehr erwartet. Aber wir haben leider nicht mehr. Ähm herstellen können. Aber. Es hat einen Rumsag gemacht. Lord. Wenn ich das Video gefallen habe. Gebt einen Daumen hoch. Vergesst nicht zu abonnieren. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Wow. Uh oh. Haha. Haha. Lore. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Lacking all emotion Staring down the barrel Waiting for the final gates to open To a new tomorrow Moving with emotion Following the light that sets me free Bye-bye! Bye-bye!